Hallo, heute wollte ich euch eines der bekanntesten Weihnachtslieder auf der Ukulele beibringen und zwar O Tannenbaum. Ich spiele es euch erstmal vor und dann erkläre ich euch die Griffe und die Schlagtechnik. Das geht so. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ja, das Lied kennt wohl jeder. Da auch noch mehrere Strophen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch aussuchen. Aber hier geht es ja ums Ukulele spielen vor allen Dingen. Also, ihr braucht zwei Griffe, F-Dur in diesem Fall und ein C-Dur sieben. Das ist ja eine ganz schöne Griffkombination auf der Ukulele. F-Dur, C-Dur sieben. Also, auf F-Dur geht es los. O Tannenbaum ist F-Dur, O Tannenbaum. Und dann geht es zum C-7. Wie grün sind deine Blätter. Auf T wieder zurück aufs F-Dur. Das ist jetzt nicht auf der 1, sondern auf der 2. Das erkläre ich gleich beim Schlagrhythmus nochmal. Du grünst nicht nur, weiter ist F-Dur, zur Sommerzeit. Auf Sommerzeit geht es dann aufs C-7. Nein, auch im Winter, wenn es schneit, wieder zurück aufs F-Dur. Und dann bleibst du auf F-Dur. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie grün, auf grün wieder aufs C-Dur, sind deine Blätter. Damit bleibst du auf C-Dur. Also gleich wie am Anfang natürlich. Also jetzt der Rhythmus. Der Schlagrhythmus geht so. Ein Dreivierteltakt. 1, 2 und 3 und. Also runter, runter, rauf, runter, rauf. Den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Der ist ja immer sehr sinnig bei einem Dreivierteltakt. Also 1, 2 und 3 und 1. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Und da merkt ihr am Schluss, gehe ich aus dem Griffschlagrhythmus raus. Weil da das Blätter so gespielt wird. Da kommt auf der 1 das C-Dur oder ihr bleibt auf dem C-Dur bzw. C-Dur 7 und geht auf der 2 dann aufs F-Dur. Das hört sich ein bisschen schöner an, als wenn ihr zuerst direkt auf der 1 auf das F-Dur geht. Geht auch. Aber wie gesagt, hört sich schöner an, wenn ihr erst auf der 2 aufs F-Dur wechselt. So, und das ist dann schon alles. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Singen und Spielen von O Tannenbaum.